Oh yeah, Elektro-Schlott! So, wir stehen jetzt hier in unserem Garten und der Zappes hat mich gebeten, hier mal ein bisschen zu filmen, weil er kriegt ja immer noch keinen Ton raus. Das ist der Rofelcopter und wir filmen jetzt den ersten Flugversuch. Der ist gewidmet all den lieben Menschen, die ihm dieses Teil geschenkt haben. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, das war jetzt einpacken, oder? So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal.